Musik 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 Ich muss die Kampagne mal spielen Weiter Musik 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 Nein, nein, ich hatte gerade die Spritze rausgeholt. Ah, Mann. Da ist hier noch einer. Liegt es nicht irgendwo in dem Trater? Ja, da liegt er doch. Ich habe doch gesagt, direkt neben dem Fahnenmast. Nein. Ja. Nein. Da ist ja noch ein anderer, den habe ich gleich gesehen. Dennis, hinter dir. Gott, ich wollte ja gerade eine Flammenmine hinsetzen. Da bin ich davon gestorben. Hätte ich das geschäft, hätte ich drei Leute an... Alter, wie viele sind da? Ganz viele. Alter, das ist krank. Vielleicht sollte ich die abhauen. Nein, es wird gekämpft. Da ist es taktisch. Ah, okay. Kein Taktisch. Das geht wohl gerade sagen. Rückzug ist kein Taktisch. Erste Hilfe. Oh Gott. Ich habe eigentlich, ich kriege es noch. Ich kriege beide. Soll ich deine Wunden versorgen? Oh Gott. Tschüss, Kamera. Erste Hilfe. Ah. Ablito! Dankeschön! Ablito! Der ist Level 1! Der ist Level 1 gewesen! Und der killt mich, weil ich ein Stück Scheiße bin! Warte! Du bist... Du warst einfach nur schlecht! Abschießen, wenn denn 8-fach Vergrößerung hat MEDIC! Der steht direkt neben mir! Und ich versteh nicht, warum er mich nicht aufhebt! MEDIC BITCH! Wir verlieren Einsatzziel Cäsar! Verleg mich am Arsch, ey! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren! Ja, chill! Ich hab da halt keine Munition mehr! Da muss ich wieder rumflamen! Ja, ich muss ja Gründe haben! Wir haben das nicht! Der Herr Luce! Wir sind bei Osteren hinter diesem Panzer! Verliert! 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 Los du! Konquist, der hat auch einfach hier! Ich schieß auf das Ding! Yeah! WTF, ey! Während der dich erstochen hat, konnte ich den nicht abknallen! Hä? An sich schmecken wir gut! Aber du erstochen bist! Surprise, motherfucker! Nein! Lieber, anders wurde erstochen! Sonst, ich konnte während der... Action! Da drüben schwimmen zwei! Ah, hinter mir! Automatik vor, direkt vor meiner Nase! Ah, du kannst mich wieder belegen, Sebi! Bist du denn? Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Oh, wie komm ich wieder hoch? Hinter dir! Ja, wie komm ich denn da hoch, Mann! Da sind halt scheiß Felsen, Mann! Du läuft die ganze Zeit ab, geht vorbei! Jetzt halt doch die Schnauze! Ich hab dich doch schon gesehen! Ah, ich wurde auch nicht! Denkt gleich der Nummer, oder? Das ist nämlich die Pute! Ah, ich klingelte ja nicht die Pute! Ich hab' einen weggeschätzt! Oh! Oh! Oh, Lukas, was machst du, ey? Ich lauf' einmal um den Stein rum! Panzer tot? Oder lebt er noch? Jetzt ist er tot! Komm, ich hab' jetzt ein Flugzeug, jetzt mach' ich erstmal alle fertig! Was für eins? Ach, mein kleiner Minikämpfer! Das glaubst du, Lukas! Ich hab' mittlerweile dazugelernt! Jetzt will ich es sehen! Ja, das kannst du mal! Pass auf! Haha, jetzt will ich sehen, wie du eins von ablust! Zick dich! Ich geh' jetzt zu C! Dahinten, seht ihr den Sniper da? Ja, bitte, knall dir ab! Die stören mich! Gehst du? Und ich bin tot! Wieso kann ich hier nicht drüberklettern? Wollte ich grad sagen! Der Typ steht daneben dir und du reagierst nicht! Ja! Ja, wieder Team Eliminierung! Wir sehen, wie hättest du den gekillt jetzt! Du bist verletzt! Ich kann dir helfen! In der Nähe deiner Position ist alles weg! LOL! Ich wollte den Gegner mit der Spritze killen! Ich spiel' echt gern! Boah! Ich hab' den gekillt! Ja! Mit der Granate! Alter! Egal, wen ich anklicke, ne? Immer unter Beschuss! Ja! Das ist zum Kotzen, ist das! Vor allem, wie lange die immer unter Beschuss sind! Ja! 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 Nein! Weißt du, ich spawn' direkt bei zwei Gegnern! Wie schwul ist das denn? Ich würd' sagen... ...richtig schwul! Wow! Danke! Links sind höchstwahrscheinlich Gegner! Ja! Das ist gut! Zwei, drei Leute! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn gekillt! LOL! Danke! Danke! Letzte Hoffnung! Ah! Der Fliegerl hatte groß! Der ist so fett, der da ist! LOL! Ich wollt' dich grad wiederbleben, du Stück Scheiße! Die haben aber noch fünf! Kanate! Verwägen! Oh, der ist... LOL! Okay! Der hat doch vier Leben! Der verkehrt sich auch immer! Obst, aber ich hab' schon einen tot! Was? Ich hab' einen tot? LOL! Ich so... Wieso haben wir denn schon einen tot? Unsere Seite liegt in Führung! Ich hab' einen Doppelkrieg gemacht! Wie der geschrien hat! Was? Die Leute sind tot! Die Leute sind tot! I'm dead! Merci! I love you! Der biegen! Oh, du bist tot! Schöp! Oh, lol! Das war'n Gegner! Ich lauf' die ganze mit den Gegner mit! Was? 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 Aber lustig! Er ist der Helfer! Greif zu, Mann! Danke, Mann! Ich hab' den auch praktisch... Das ist dumm, was ihr da gemacht habt! Der schießt da einfach rein! Ihr seid alle tot jetzt! Bleibt alle liegen! Ich krieg' euch noch! Oh, ich bin tot! Alter, bin ich weit geflogen! The fuck, Mann! Für dich, Kamerad! Er ist mehr Hilfe! Wo bist du? Wo bist du? Lol! Du bist einfach weggesplutzt! Nein! Was mach' ich denn? Loll! Nein! Richtig daneben! Tolle Kanne! Lol, liegt da noch einer? Lol, steht einfach noch! Siehste das? Er steht... Er steht hier einfach Wow Hab ich mich gerade erschrocken Alter, der steht einfach mal vor mir Ich bin auch gestorben Oh, das war der letzte Kill Boah, Pisser aus meinem Arsch Alter, halt dir doch mal die Schnauze